Ui Benji, du wolltest also auch zu diesem kriminellen Pack? Ey, hör mal zu! Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, tu ihm an den was und werde trotzdem angeklagt. No, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Wie viele Leute rauchen, was glaubst du? Sag nicht nur ein paar, denn du zählst selbst schon dazu. Bloß mir und Karl Moik macht das schon ein Trio, die Menschen rauchen schon seit langem vor Königsal und nur egal ob Jugendlicher, Skater oder S-Klasse-Cruiser, ob Pokalgewinner oder hoffnungsloser Loser, die Menschheit raucht Gras, quer durch die Bank, wir sind nicht alle kriminell, schon gar nicht alle krank. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, Rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, tu ihm an den was und werde trotzdem angeklagt. No, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Ich krieg mal Tabak und nochmal ein Plättchen, ja genau an diesem lauschigen Plättchen, ja da rauchen wir erst erstmal ein Tütchen, ich hab auch noch ein paar gute Blödchen, wieso lässt man uns nicht einfachen? Mit Rauchern hat man doch nie Ärger, wir chillen und trippen nie auf Pillen, Nun, nur gute Denker und keine Berserker, wieso gibt's Alkohol im Supermarkt? Und Ganja nur Illiweiber am Dealer, so passiert, so definiert, boy ist doch Quark, Gib mir das Video und behalt dein Chitila. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, Rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, tu ihm an den was und werde trotzdem angeklagt. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag, ganz egal wer auch immer was dagegen sagt, Rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag, Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Ein kurzer, verachtender, verständniskurser Blick, du denkst ich bin ein Junkie und ich geb mir grad nen Kick, doch wenn ich meinen Spliff zieh, bin ich ich und bleib fit, und wir tanzen um die Wäsche und wenn du kannst, kommst du mit. Deutsche Bauern rauchen schon vor Hunderten von Jahren, Pflanzen im Knast, da hält der Wals auf ihrer Farm und heute schlägt man mir wegen einem Tweetchen-Alarm. Mann, ich bin nicht kriminell, schlage keinen Binzahn, ich hab schon Leute rauchen sehen, wo ich selbst kaum glauben konnte, Staatsanwälte, Polizisten, Sportler und Doktor, man kann durch alle Altersklassen gehen und durch alle Orte in die City oder Uni oder die Heime von Senioren. Ganja ist nicht gefährlich und tut niemandem weh, es macht dich auch nicht ehrlich wie des Teufels weißer Schnee, ich hatte keiner Seele und der Welt schon gar nicht okay, mit Ganta wird man höchstens herrlich und so ruhig wie die See. Ich brauch mein Ganta den ganzen Tag, ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt, brauch so lange, bis ich selbst nicht mehr mag.